Verlässliche und aktuelle Wirtschaftsdaten bilden die Grundlage für zahlreiche Entscheidungen des täglichen Lebens. Die österreichische Nationalbank ist einer der wichtigsten Anbieter nationaler und internationaler Finanzstatistiken in Österreich. Ob Inflation, Zinssatzentwicklung oder Wechselkurse, das umfangreiche Statistikangebot der österreichischen Nationalbank beantwortet Fragen, zum Beispiel rund ums Wohnen, Veranlagen oder Vorsorgen. Unsere kostenlose App bringt die ÖMP-Statistiken auf Ihr Apple- oder Android-Smartphone bzw. Tablet. Datenreihen werden grafisch dargestellt. Der Zeitraum lässt sich durch einfache Fingerbewegung anpassen. Durch Antippen ist jeder beliebige Wert komfortabel aus der Grafik abzulesen. Je nach Verfügbarkeit der Daten ist die dargestellte Periode frei wählbar. Neben Jahresdaten sind also auch Quartals- oder Tagesdaten verfügbar. Gleichzeitig werden unsere Statistiken in Form einer Tabelle dargestellt. Detaillierte Erläuterungen zu unseren Daten sind durch Antippen einer Schaltfläche jederzeit verfügbar. Ebenso einfach lassen sich die nächsten Veröffentlichungstermine abrufen. Häufig benötigte Statistiken sind mittels Favoritenverwaltung immer rasch zur Hand und stets aktuell. Versenden Sie Ihre Statistiken als E-Mail direkt an Ihren Arbeitsplatz an Kollegen oder Freunde. Nutzen Sie unser Statistikangebot auf Ihrem Smartphone oder Tablet, um statistische Fragestellungen jederzeit, überall und rasch beantworten zu können. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020